Hey, herzlich willkommen zurück bei Tezo. Wir haben hier noch zwei Himmelsscherben, die wir suchen müssen. Ich hab mir dort mal was markiert, keine Ahnung, ob wir da richtig sind. Aber ich würde sagen, da gehen wir ein... Ich reite schon mal sowieso pauschal in die falsche Richtung. Ich bin doch so doof und folge dir. Ja, selbst schuld. Nein, man war es nicht umsonst, hier ist erz. So. Gucken, ob wir das da... Ob wir die Scherbe da dann auch finden. Vorne über die Brücke, verdammte Hacke. So, weil wenn die hier noch angezeigt werden, dass hier noch was ist, so vor allen Himmelsscherben, dann soll man die natürlich mitnehmen. Oh ja, Himmelsscherben auf jeden Fall, weil ich brauche nur noch eine, dann habe ich einen Fähigkeitspunkt. Ich glaube, ich auch. Muss ja. Ja, wir haben uns zusammen gesammelt. Ja. Ach, da ist doch was. Wo ist was? Hier links, wie... Bis du und drauf. Wo links? Wo links? Oh, yo. Aber erst sammle ich Holz. Aber hier hatten wir dann schon mal übersehen, weil hier waren wir, glaube ich, schon mal. Na, da ist das hoch, top. Guck mal mal, was wir machen können hier. Ja, prächtig. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich gucke mal direkt, wo die nächste ist. Moment. Da. In der Grabstätte. In der Grabstätte. Ist das da Düsterfeld? In der Grabstätte? Hm. Da müsste er eigentlich, ne? Aber ich habe da nichts gesehen, als wir da waren. Auch nicht. Hm. Reite du mal zur Grabstätte und ich reite mal weiter nach, äh, nach Süden. Ja, ich... Du meinst, Düsterfeld soll ich reiten? Ja. Meine ich ja. Zu den Gräbern halt. Oh, steigt er schon wieder ab. Ist ja die Krönung. Hö, hot. Hö, Fettchen, höre. Oh, zwischendurch noch der ganze Scheiße looten. Was hier so rumsteht. Wohin kommst du ja nieder an, ne? Ja, ich glaube auch. Also, an Berufe, Mats, äh, haben die auf jeden Fall nicht gespart. Nee. Da gibt's ne Menge. Oh, was war mit der da? Waren wir hier schon drin? Ja, hier waren wir schon drin, okay. So, höher, Pferdchen. Oh, Mann. Lass mich in Ruhe. Blöde Wespe. Keine Zeit für dich. So, da haben wir auch noch ein Pflänzchen. Oh, mein Gott. Komm, was sammeln, komm nie raus. So, ihr Schweinepriester. Mal gucken. Na, sammelt doch die Blume. Ist noch was? Was hab ich denn hier gefunden? Blutdornhöhle. Hier waren wir aber schon drin, oder? Ähm. Wo bist du denn? Ach, da unten. In der Blutdornhöhle. Ja, ich glaub, hier war er schon. Dieser Strahl, dieser, von den Himmelsscherben, der geht aber nicht bis in den Himmel oder so, ne? Also nicht... Nein. ...ewigkeitenweit hoch, ne? Sieht aber auch nicht so aus, als wäre... Oh, warte. Als wäre hier irgendwas. Hm. Irgendwie... Haben wir hier noch irgendwo anders, äh, Grabstätten? Nicht, dass ich wüsste. Das ist natürlich... Oh, mein Gott. Hm. Mach dich vom... Okay. So. Bin ich jetzt eigentlich mittlerweile? Also, hier bin ich falsch. Ist das vielleicht da drüben auf der Insel? Verdammt. Tja. Hier sehe ich's auf jeden Fall nirgends. Ich guck mal, ob man da hinten auf die Insel kommt. Vielleicht kommt man da ja irgendwie drauf. Vielleicht sind da auch Grabstätten. Oder sowas in der Art. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mats ohne Ende. Tja. Tja. Lass mich noch mal auf die Karte linsen. Oh, alte Scheiße, ey. Du sitzt noch nicht ganz auf dem Pferd und denkst, ah, fünf Sekunden wieder absteigen. Bist du noch da? Ja. Ja, ähm, wenn ich mir denke, äh, ich sammle, wenn ich irgendwas sehe ein oder so, dann steige ich jetzt gar nicht aufs Pferd. Lohnt es überhaupt nicht. Und wenn ich weiß, ich ignoriere jetzt Erz und Sonstiges, weil ich einfach nur von A nach W will, dann nehme ich das Pferd. Ja, würde ich auch machen, aber ich kann eigentlich an solchen Sachen nicht einfach vorbeireiten, das geht gar nicht. Ja, dann sattel nicht auf. Ja, aber ich sehe das ja dann nicht immer, dass da was kommt. Kommt man da wohl, Robert? Ja, aber zumindest mit dem Schwimmen müsste man eigentlich hinkommen. Tja. Go, go, ran an Land. Ja, ist klar. Tja. Jetzt bin ich hier, aber ich komme nicht weiter hoch. Das ist ja... Aua! Mein Gott. Ey, toll, super. Geh weg. Ich komme hier gar nicht hoch. Was soll denn die Kacke? Was soll ich denn hier? Komme ich da vielleicht hoch? Also, so schon mal nicht. Ne, sieht schlecht aus. Oh, Mann. Ah, hier, ich habe sie. Aber die haben wir hier schon genommen. Was? Wo bist du denn gerade? Hier, wo ich jetzt stehe, ist die Himmelsscherbe. Da hast du mich doch hingeschickt, ne? Aber die haben wir schon. Okay. Warte mal. Ich weiß, wo die nächste ist. In der Grabungsstätte. Ja, das ist doch die hier dann wahrscheinlich. Nein, das ist die, die noch fehlt. Außerhalb eines Hauses für die Toten. Das war die erste. Das war dann wahrscheinlich die, die du jetzt gefunden hast. Aber die Grabungsstätte... Nicht Grabstätte. Grabungsstätte. Ah, eine Grabung ist was anderes als ein Grab. Ja, richtig. Das ist doch bestimmt dann da oben. Äh, Katsocks Verderben. Oder das andere. Ja, ich bin schon auf dem Weg nach Norden. Bleibt ja nur noch da, weil die beiden waren jetzt quasi unten im Süden. Ja. Da bleibt ja nur noch einer im Norden. Aber ich gehe mal zurück zur Hauptstadt und reite dann von da aus nach Norden. Nimmst du dann die westliche? Ja. So. Auf, auf und davon. Gegrüßt. Da hat mich schon wieder jemand gegrüßt. Kann er nicht machen. Vergeben und vergessen, sagt man. So. Augen offen halten. Ja. Ach, hier in die Gegend ist total kacke. Da leuchten überall blaue Facken, da denkst du überall alles vor Himmelscherben. Tja. Hä, 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 hä. Tja. Wer das war. Oh. Oh, ich hab sie. Oh. Ja, ich hab sie. Lass mich, lass mich doch, lass mich doch hier durch, ey. Geht doch. So, dann mach ich mir auf den Weg. Ah, hier ist echt mies, weil hier leuchten überall blaue Fackeln. Und dann denkst du an den Stein. Oh, da leuchtet was. Das ist ein Himmel-Scherbe. Hehe. So, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Ich markiere mir das mal auf der Karte. Wo du gerade bist. Boah, hier sind so viele Pflänzchen. Da kann ich gleich dann erstmal wieder schön neue Tränke ballern. Wo ist denn die? Ach, deine Ecke. So. Prächtig. Wenn man sich aber was auf der Marker, äh, Karte markiert. Ähm. Ach so, man kann sich nur so ein allgemeines Ziel setzen. So, schade. Ne, ich dachte, man kann sich da Sachen markieren. Wäre dann cool, wenn die auch für andere Charaktere bleiben. Meister? Aber man kann sich nur quasi so ein aktuelles Ziel setzen. Ja, was weiß ich. Und sowas ist doof. Das heißt, ja, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht bauen die das nochmal mit ein. Gibt es bestimmt bald Addons. Ja. Mir ist Jute. Willst du nicht aufgeben? Jute? Ja, du standst also vor, habe ich nicht gesehen. Ja, schieb's nur auf mich. Ja, haha. Immer das gleiche mit dir. Oh, Fölterknopf. Hier rechts ist Ahorn. Mhm. So. Äh, du bist unsichtbar. Ah, jetzt bist du da. Alter, was... Was... Was will das Feeding jetzt plötzlich? Greift mal die Spinne an, ihr Bauern. So. Wollen wir mal zurück in die Stadt. Ich behalte euch im Auge. Aber du segelst schon rüber, oder was? Ach, mir ist das egal. Aber wir machen dann jetzt... Feierabend. Feierabend, wie das... Mein Spiel hängt. Ah, jetzt geht's weiter. Verdammt sei es eine Seele in das Reich des Vergessens. Ja, ja, bla bla. Dass die mich immer alle voll labern müssen, ey. Ah, du armer Kerl, ey. Aha. Geh weg. Mach zu. Seid gegrüßt. Hi. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. So. Im nächsten Part sehen wir uns dann auf dem Schiff wieder. Dann geht es rüber. Ich weiß gar nicht, wo wir dann hinfahren. Und da müssen wir dann irgendwas abgeben. Vom König. Wie gesagt, da kriegen wir dann noch eine Quest. Ähm. Von der Hauptstory. Von der Prophet. Fett. Warte mal, kann ich die teilen? Kann ich dir nicht sagen. Warte. Teil die nicht. Kann ich auch gar nicht. Ich nehme die sowieso nicht an. Weil ich ja den Text dazu ganz gerne hören würde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.